Ich begrüße Eleganz. Herzlich zum Guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XTB. Heute ist Freitag, der 6. Oktober 2023 und wir wollen natürlich mögliche Szenarien skizzieren am heutigen Tag für die Non-Fan-Payrolls, die heute um 14.30 Uhr veröffentlicht werden und ich möchte ganz gleich vorab sagen, es wird nicht so leicht, also nicht, dass es leicht sonst auch möglich wäre, Szenarien zu skizzieren, aber nichtsdestotrotz, die ADP-Zahlen, die haben in meiner Denke oder beziehungsweise in meinem Gameplan doch einiges durcheinandergewürfelt, denn trotz des relativ stark überdehnten Modus, den wir zu sehen bekommen, also im Hinblick auf den Zins auf der Oberseite oder beispielsweise auch in Gold nehmen wir es als Stellvertreter, als zinssensitives Asset, auf der Unterseite mit Abschlägen seit vergangener Woche Montag, haben wir auf die ADP-Zahlen, die eigentlich eine gute Indikation sind für die Non-Fan-Payrolls, die heute veröffentlicht werden, haben wir keine stärkere Reaktion zu sehen bekommen, also in dem Fall tatsächlich eine Enttäuschung im Hinblick auf die ADP-Zahlen mit dann einem Snapback, mit einer schärferen Gegenbewegung und das ist etwas, was mir irgendwie suggeriert, da ist noch durchaus einiges an Bearishness zu erwarten. Sonst würde ich in die Richtung gehen, ganz trivial sagen eigentlich, Bearishness ist good news, kommen die NFPs schlechter rein, sollten wir eigentlich eine schärfere Gegenbewegung zu sehen bekommen, ist ein Szenario, ja, steht außer Frage, aber nichtsdestotrotz, es kann auch anders kommen und zweitens als man denkt und durchaus könnte da nochmal ein bärischer Push auf der Unterseite folgen, nicht nur in Gold, sondern auch in Equities. Aber bevor ich immer weiter rede, wollen wir zunächst einmal einen Blick auf den Risikohinweis werfen und dann offiziell einen Blick in die Charts werfen und entsprechend die möglichen Szenarien anschauen. Also Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet gehen mit dem hohen Risiko und her schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com slash dekostnuss eine Demo herunter, teste dann risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet und sofern man das dann mit Ja für sich beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikohinweis findet ihr auf xdb.com slash de. Ruft auch gerne den Kundensupport an für Fragen rund um die Plattform, Kontoeröffnung und dergleichen. Kontaktdetails folgen gleich. Bevor wir zu den Kontaktdetails kommen, noch kurz in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten hier als Anlageempfehlung missverstehen. Das handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion eure Fragen stellen, sollten diese aufkommen, aber bitte nochmal nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie es einem beliebt, kurz zu xdb als Broker, ausgezeichnet als bester CFD-Broker des Jahres 2023 von Brokerwahl. Die Gründe, die hier zugeführt haben, findet ihr einmal hier aufgelistet. Und natürlich ein Grund, der sicherlich dazu beigetragen haben dürfte, ist die xStation, auf die wir just jetzt in diesem Moment einen Blick werfen wollen. Hier haben wir den Gold-Chart. Wir sehen ohne Frage den jüngsten Kursverlauf hier, relativ deutlich stark überdehnt. Und Bounce bis dato nicht ausmachbar. In der Tat könnte man sogar argumentieren, seit letzter Woche Montag keinen grünen Kerzenschluss zu sehen bekommen. Das heißt also, wir sind seit 10 Tagen nunmehr, wenn man die Kerzen aufsummiert, rot. Ja, es kommt hier zu einer Konsolidierung, aber nichtsdestotrotz, wir hatten einen potenziellen Grund im Falle von Gold, einen schärferen Bounce zu sehen bekommen. Ich möchte aber nicht nur das auf Gold beschließen oder beschränken. An der Stelle Gold vielleicht nochmal relativ am schwächsten. Aber wir können das gleiche auch sehen, beispielsweise im Hinblick auf den DAX, der bis dato Schwierigkeiten hat, die am Dienstag war es, unterschrittenen Tiefs der Vorwoche, hier von Mittwoch bzw. Donnerstag, zurück zu erobern. Es gab einen kurzen Push, es gab ja einen kurzen Flasch Tiefe am Mittwoch vor der Veröffentlichung. Ein in der Kasse erfolgter Test, kurzer Flasch unter die 15.000er Marke, der Bounce, keine Rückeroberung. Ist für heute ein Schlüssellevel natürlich. Also sollten die ADP-Zahlen, Entschuldigung, nicht NFP-Zahlen sind wir jetzt, sollten die NFP-Zahlen tatsächlich schlechter als erwartet reinkommen, sollte sich eine Entspannung im Zins zeigen, sollten wir infolgedessen Outwards gappen, sollten wir oberhalb dann der Tiefs von der Vorwoche halten, würde ich sagen, okay, das war es jetzt scheinbar erstmal auf der Unterseite, aber das gilt erstmal, es gilt es tatsächlich abzuwarten. Das gilt sowohl im Hinblick, wie gesagt, auf den DAX, das gilt aber auch zeitgleich. Bezug auf den Spider zum Beispiel, der bis dato es nicht geschafft hat, trotz der ADP-Zahlen, hier die 5-Tage-Linie zurückzuerobern. Hier können wir erkennen, wir haben einen deutlich sauberen Abwärtstrend. Wir haben als grobe Maßgabe, dass wir sagen, unterhalb der 5-Tage-Linie wollen wir nicht long sein. Das gleiche gilt im Falle der Qs, die sind relativ stärker vielleicht, möchte man sagen. Also der Tech-Bereich, hier ist der Nasdaq 100 ETF, wir pendeln um die 5-Tage-Linie, aber auch das ist kein klares bullisches, auch kein klares bärisches Signal natürlich, aber es ist eben kein klar bullisches. Und vor dem Hintergrund nochmal, diese Entwicklung, die dadurch auf den Weg gebracht wurde, weil wir durch die FED eine geldpolitisch länger als erwartet höheren Zins zu erwarten haben. Mit dieser Ankündigung ab dem 20. dann hier begann die Abwärtsdynamik Fahrt aufzunehmen. Also dieses Überrollen zeigte sich schon vor der FED und dann nahmen wir Momentum auf der Unterseite auf durch die FED und die entsprechende Ankündigung im Dotplot. Es ist unweigerlich erkennbar, ja, wir sind ausgehend vom Zins und offensichtlich der In-Aussicht-Stellung höherer Zinsen für eine längere Zeit unter Druck geraten. Das hat sich besonders, wie gesagt, in Gold bemerkbar gemacht, aber dann ist auch jegliche Entspannung diesbezüglich durchaus in der Lage, eine schärfere Gegenbewegung zu initiieren, sollte man meinen. Da das nicht stattgefunden hat, gilt es, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig zu sein, meiner Einschätzung nach. Also ganz kurz nochmal konkret, wir gehen hier in den Kalender, wir schauen uns einmal die ganze Woche an. Damit haben wir dann auch am Mittwoch die ADP-Zahlen. Die sind hier mit 89.000 veröffentlicht, 155.000 erwartet, also deutlich unter der Erwartung. Es gibt eine kurze Bewegung, Bullisch und dann keine weiteren Aufschläge. Nicht so, wie wir es letzte Woche Donnerstag beispielsweise gesehen haben, im Falle, nehmen wir den Hashtag, den ich getradet hatte, nehmen wir den S&P, wir können auch den DAX nehmen, aber nochmal den Hashtag ganz besonders an dieser Stelle. Und das war, wie gesagt, ist ein Warnschutz, meiner Einschätzung nach. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir komplett ausschließen sollten, dass die Long-Seite auf die Veröffentlichung der Non-Farm-Payroads dann heute hier, die mit 170.000 veröffentlicht werden, dass man nicht erwarten sollte, dass es eine Bullisch-Reaktion gibt, sollten die schlechter als erwartet reinkommen. Selbst wenn sie besser als erwartet reinkommen und wir eine Bullisch-Reaktion zu sehen bekämen, wäre das vielleicht sogar nochmal ein zusätzlich starkes Signal. Aber wir sollten, bevor wir uns positionieren und vielleicht die Tendenz haben zu sagen, kann ja auch gar nicht weiter viel runtergehen auf dieser Seite, wir sollten hier sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Denn das Risiko, dass wir noch nicht die Tiefs gesehen haben, ist weiter akut gegeben und sollte auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und nochmal zurückkommend auf Gold, das spielt besonders im Hinblick auf Gold eine Rolle. Also, das bedeutet, wir haben hier realistisch eine Chance, sollten wir einen bärischen Impuls zu sehen bekommen, eine Attacke auf die 1800-Region zu sehen zu bekommen. Die Frage, die sich dann eben natürlich stellt, ist, sind wir in der Lage, diese Tiefs zu halten? Also das bedeutet, etwas konkreter gesprochen, wenn wir mal auf die 30-Minuten-Ebene jetzt hier in Gold runtergehen, könnte es natürlich sein, dass es ein kurzes, sogenanntes Flush-Szenario gibt, und dann sich zeigen müsste, halten wir unterhalb, halten wir unterhalb der Ausbruchregion, denkbar ist natürlich, die Zahlen zum Beispiel kommen heißer als erwartet rein, also über 170.000. Wir sehen einen kurzen Push tiefer, werden aber zurück in die Range gekauft. Das wäre für mich jetzt noch kein Grund, long zu sein, aber es würde zumindest mal unterstreichen, naja, selbst wenn ich nicht long sein möchte, scheint das Chance-Risiko-Verhältnis technisch short auch nicht mehr sonderlich attraktiv zu sein. Beziehungsweise, ich sollte meine Haltedauer vielleicht überdenken, respektive das, was ich traden will, im Hinblick beispielsweise auf ein Break aus dieser Range, halten unterhalb dann zum Beispiel das auf Momentum-Trades oder dergleichen in irgendeiner Form aus, im Weiten, mein Handelsspektrum nicht mehr, einen Swing über mehrere Tage beispielsweise planen. Interessant würde natürlich, wir sehen solch ein Flush-Szenario, ein Lauf zurück in die Range und dann ein Bruch und halten außerhalb dieser Range, also oberhalb der 1.832. Das wäre ein mega starkes Signal, besonders wenn die NFPs stärker als erwartet reinkämen. Ich glaube, dann haben wir in den kommenden Tagen, in der kommenden Handelswoche realistisch eine Chance für einen Bounce Richtung 1.860, 1.870 eventuell und auch Equities, also das heißt Aktien, Aktienindizes, könnten in dem Zusammenhang dann in den kommenden Tagen weitere Bullishness sehen. Im Falle des DAX beispielsweise wäre denkbar, dass wir dann diese Abwärtstrendlinie brechen würden, dass wir weiteres Momentum sehen. Auf der Oberseite, dass wir eine klare Eroberung der 5-Tage-Linie zu sehen bekämen, im S&P oder auch in den Cues beispielsweise und dass die Wall Street dann entsprechend eben auch beginnt, entspannter zu präsentieren. Vielleicht dieses eher einseitig-bärische Sentiment beginnt, einen sogenannten Bounce-Back zu sehen und der dann einhergeht mit Aufschlägen. Aber das muss alles erstmal genauso kommen. Genau deswegen würde ich sagen, sind wir erstmal geduldig, harren erstmal die Dinge, die da kommen und sollten nicht ausschließen, trotz des stark überdehnten Modus, dass es sich hier im Falle von Gold wieder, weil ich finde diese Konsolidierung einfach auch tradingtechnisch einfach am saubersten ausmachbar, dass es sich hier um eine sogenannte bärische Konsolidierung handelt. Es ist also nicht auszuschließen, dass wir auch hier nochmal ein Leck auf der Unterseite sehen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir vor dem Hintergrund des stark überdehnten Modus jetzt nochmal so einen mega Rally, beziehungsweise einen so starken Impuls auf der Unterseite sehen, wie wir ihn jetzt zu sehen bekommen haben seit vergangener Woche Montag. Aber ich gehe wenigstens davon aus, dass wir nicht ausschließen sollten in solch einem Szenario, dass wir bei einem Break aus der Range auf der Unterseite nochmal Richtung und auch unter 1800 US-Dollar fielen. Auch wenn ich, wie gesagt, das tradingtechnisch eher kurzfristig halten wollte, weil ich denke, dass das die attraktivsten Chancenrisikoverhältnisse offenbart. Im Hinblick auf ein Bounceplay sollte man hier vielleicht oder könnte man vielleicht auch sagen, ja, eine Gegenbewegung könnte man als Swing vielleicht aufsetzen. Aber auch das, dafür brauchen wir klare Signale. Solange wir die nicht haben, gilt es, wie gesagt, erstmal geduldig zu sein. Nochmal, 14.30 Uhr. Im übertragenen Sinne, werden die Karten neu gemischt. Dann gucken wir, was wir ausgespielt bekommen. Wenn der Staub sich ein bisschen gelegt hat, wenn wir eine Einschätzung haben, welche Mitspieler oder Gegenspieler, wie auch immer gerade, was für Karten die haben, werden wir ausgehend davon entsprechend unsere Bets setzen. Also das heißt, wir werden dann entsprechend unsere Hand entsprechend spielen. Aber bis dahin gilt es eben geduldig zu sein und der Dinge zu haben, die da kommen. So, das war das letzte guten Morgen, Börse, heute bzw. diese Woche. Dann ab Montag gibt es wieder das nächste, gemeinsam hier mit XDB. Bis dahin, happy trading. Habt ein schönes Wochenende, erholt euch gut. Macht es gut, habt euch wohl. Bis dann und tschüss.